Haben wir immer noch, oder wollen wir, nein, wir machen nicht re-rollen, wir machen, wir machen hart. Versuchen wir irgendwas mit, äh, mit Tented Eden zu machen. Das ist der Charakter, der alle Items, die er bei sich hat, re-rollt, sobald er einmal Schaden nimmt. Was ich übrigens super cool finde als Konzept. Fürs Protokoll. Ich hätte nur gerne nicht diesen dummen Keybagger hier gerade als Begleiter. Ups. Oh, let it rip! Und wir haben Bud-Bombs. Dafür bekomme ich keine Extra-Bomben. Was wünscht ihr zwischen Tainted Charactern und normalen? Äh, Tainted Charaktere sind, äh, andere Charaktere. Ist die Kurzfassung dazu. Die haben also quasi neue Charaktere. Ich meine, das Konzept ist, äh, im entferntesten Sinne ähnlich von Charakteren, aber prinzipiell neue Charaktere. Au. Was ist das die? Oh, mein Gott. Das ist das Beste aller Items. Ab jetzt kann ich einfach nie wieder getroffen werden. Denn wir haben die Sci-Fly. Das gilt nicht. Das Protokoll. So, äh, Shoppitz zu nehmen habe ich jetzt auch nicht wirklich einen Grund. Ich habe nicht kein Geld dafür. Gehst du bitte... Lass dich bitte von mir treffen und dann gehst du weg. Danke, Sci-Fly. Das ist eine große Ebene. Können wir mal darüber reden. Und mein Damage ist bei 2,67. Das ist gar nicht mal so viel. Kommen noch Koop-Matches? Naja, ich will ja, ich sage nicht, äh, IC-Koop machen. Das Problem ist nämlich, dass, äh, Spiel ist hart und, äh, Joy und ich, wie lange habt ihr ein Koop insgesamt gespielt? 6-8 Stunden und so. Wir haben nicht einmal... Ich glaube, ihr kam nicht mal bis Marm einmal. Dementsprechend ist das, ähm... Ja, das führt halt nicht wirklich zu irgendwas. 3,98 Damage. Das will ich auch hoffen. Oh, wir waren schon im Goldraum auf der Ebene. Gehen wir zum Boss. Monstro. So, die höchste... Die höchste Priorität hat es, äh, mit, ähm... Tainted Eden auf jeden Fall, dass man möglichst viele Items mit... God. Und das Razor Blade. Dass man möglichst viele Items mitnimmt. Dabei ist es egal, welche. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen langsam. Denn ich habe viel, viel Schaden genommen. Während ich nicht aufgepasst habe. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, versteht ihr? Für Neuigkeiten. Ich bin nicht bei Monstro gestorben. Was macht die Golde-Rasierklinge eigentlich? Ist das das Item mit dem... Nein, das ist nicht das Item, mit dem Eve startet, oder? Nein. Nein, das ist wüstig. Denke ich. Oh Gott. Versuchen wir einfach zu überleben. Auch mit Zweifel für Münzen bekommt man für den Raum Damage ab. Das ist eigentlich ganz okay. Nein, warum habe ich... Egal. Äh, wir nehmen das Soul Heart mit. Okay. Dann würde ich sagen, äh, ich gehe mal weiter. Monstros Zahn ist... Wir haben aber soweit auf jeden Fall für die nächste Ebene ein ganz guter Bild. Schaut euch den Feigling an. Was ist mit Feigling? Ich will nicht sterben. Das hat nichts mit Feige zu tun. Das ist einfach nur ein natürlicher Instinkt. Los geht's, Monstro. Da ist halt eine Menge Zeit gespart gerade. So, habe ich zwei... Ich habe zwei Schlüssel gerade zur Hand. So ein Zufall aber auch. Wie hoch ist mein Damage? 4,2. Warum kommt es mir vor, es wäre mein Damage und alles super niedrig? Obwohl er eigentlich wirklich gut ist. Das ist übrigens auch wieder ein super guter Charakter-Build gerade. Wir werden die nicht behalten können. Ne. Darf sich nie zu sehr mit den, äh, Builds anfreunden. Sieht schlecht aus für Deutschland. Sehr überraschend. Jetzt sehen wir was Neues. Geht's um Fußball. Äh, Arcaia, Papaya. 39 Monate. Peace out. Lief, lieben Dank. Ups. Warte, Sad Bombs und Doktor... Oh, nein. Hey, ich habe doch Sad Bombs. Was denn? Funktioniert Sad Bombs mit Dr. Fetus nicht? Scherbenfunktioniert Sad Bombs, Dr. Fetus nicht. Das ist ein bisschen enttäuschen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. So ein kleines bisschen Rules Card. Ich meine, was soll das denn? Wo ist der ganze Spaß, wenn es nicht funktioniert? Lockdown. Nett. Geht nur um die Bundestagswahl. Achso. Da würden halt Bomben aus den Bomben kommen. Da hast du ja keine Tränen. Nein, das stimmt so nicht. Äh, an sich hatte ich vorhin, ähm, Run vorhin ja auch keine Tränen. Aber mit dem Bleistift und mit diesem einen Herz, das ich die eingesammelt habe, kamen dann ja trotzdem Tränen. Oh. Ha, ich habe einfach... Ich bin aktuell echt nicht gut dabei. Und da ist ein Lockdown-Piller. Warum bin ich dafür überhaupt hier reingegangen? Ah, hoffen wir auf das Beste. Dann noch die Empress. Dann bekommen wir auf jeden Fall ein Devil-Deal. Die Frage ist, will ich Devil-Deal mitnehmen mit Tainted Evil? Oder will ich die lieber skippen? Ich meine, die Sache ist, äh, Angel-Deal hat Gratis-Items, aber Devil-Deal kann ich mehr Items mitnehmen. Und ich bekomme ja auch im Laufe der Rerolls mehrere HP-Ups wieder und sowas. Ich stehe dir. Devil-Items können zu Dead Cat rollen. Oh, das ist nicht gut, dann sterbe ich. Okay. Okay, wir wollen uns auf gar keinen Fall Devil-Deal-Items, wenn wir Dead Cat bekommen können. Devil-Deal ist Suicide. Okay. Aber ja, das ist, äh, die Dead Cat-Argumentation, ja, die, äh, die überzeugt mich. Das heißt nämlich, dass, äh, Items, die man hatte, sie werden mit Vorwahrscheinlichkeit zu Items aus dem gleichen, äh, Item-Pool-Rolled. Nicht immer, aber meistens. So wie ich das verstanden hab. Ghost-Baby. Uh, gruselig. Oh, ich hab Libra gerade. Gehen wir rein. Uh, Habit wär so gut. Unter Umständen können wir... Ach, wie doch ne Münze, Alter. Den Sequel-Room hatten wir auch schon. Hm. Hm. Die Münze ja rechts komm ich auch nicht ran, oder? Ach. Och. Was ich weiß, wir können in den Cursed-Room reinschauen. Jetzt wird er. Absolut kein Problem. Hm. Wir haben, äh, wir haben den Cookie. Das ist ganz nett. Und eine Bombe. So, nehmen wir Nance-Habit. Habit ist, äh, nicht gut, bis auf, dass du, äh, Shop-Item-Reroad-Pool hast. Äh, Habit? Was? Inwiefern ist Habit nicht gut? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Habit ist nicht gut? Haben wir jetzt gleich das Spiel gespielt? Das Item bringt, dass ich, ähm... Ach, Gott. Es bringt, dass ich, wenn ich Schaden nehme, mein Spacebar-Item um einen Punkt aufgefüllt wird. Habit ist nach, warte, was? Habit ist nach einem Hit weg? Was? Habit ist nach einem Hit... Was? Ja, du schaden uns dein Item weg. Ja, ich weiß, was Reroad wird. Ich meine, da... Ja, aber dafür ist ja egal. Ich will generell nur Items ansammeln, aktuell. Ich dachte darum, wie gut es geht. Das meinen wir hier generell. Denn ich möchte in keiner Welt leben, in der Habit generell ein schlechtes Item ist. Oh Gott. Das war... Ich kann mal drüber reden, dass ich da gerade ausgewichen bin, dass das ziemlich beeindruckend war. Willkommen im Chat. Warum habe ich vom Chat disconnected? Ist das die UEFA, die gerade Twitch sabotieren will? Wirklich schwach. Da hätte ich mehr vom Profi-Fußball erwartet, als solche Mafia-Zustände. Habit ist ein fantastisches Item mit Tainted Can, äh, keins mit Nutzen. Aber ich bin Tainted Eden, zum einen. Ich vermute meins Eden, aber ich spiele keine Rolle, ob es von Nutzen ist. Ist ja trotzdem ein weiteres Item, äh, im Item Pool. Ups. Nein! Hm. Ah, das war schlecht. Da war ein Item, in das ich nicht rankomme, aber ich würde gerne... Oh, Forget Me Now. Ich lange genug überlebe, können wir eventuell, äh, die zwei Itemräume mitnehmen und dann Forget Me Now machen. Richtig interessant, dass ich den kleinen Mann hier gerade behalte, aus irgendwelchen Gründen. Oh, und ich habe Infestation 2. Uh, das ist stark. Oh, nein, äh, da schaue ich dir bei Bibi Blocksbergs Hexen, äh, rennen als, äh, Fußbilde sabotieren, kein Twitch. Doch, doch. Es gab da einen großen Skandal, um, äh, Bibi Blocksberg, sie mit ihren Zauber sprüchen, äh, dass sie sie genutzt hat, um mehr Twitch zu sabotieren. Sie wurde aus Neuhausen verbannt für eine Woche. Muss man sich mal vorstellen. Ich dachte schon immer, dass bei den Blocksbergs irgendwas, äh, ungeheuerliches vor sich geht. Das ist irgendwie eine Erinnerung, die ich auch lange vergessen hatte. Bis, äh, bis Johnny es, äh, angemerkt hat, dass er super viel, ich meine, er hatte Bibi und Tina Hörspiele. Dazu muss ich sagen, ich habe keine Bibi und Tina Erinnerung, aber, äh, ich habe super viele Bibi Blocksberg-Kassetten damals gehört. Das ist auch, die ich komplett vergessen hatte. Ich habe mir echt drüber nachgedacht, dass mir auch vor allem, yeah, war ein super faszinierter Ziel und Benjamin Blümchen gleich Universum sind. Ich meine, wenn ich mehr Kassetten gerade da gehabt hätte von Benjamin Blümchen, hätte ich natürlich den alten Dickhäuter bevorzugt. Verstehen bin ich falsch. Aber Bibi und Tina habe ich nicht eingehört, das war mir, das war mir dann doch zu viel des Guten mit all den Pferden und sowas. Johnny and Star, wer würde da sagen, es geht eigentlich nur um Pferd, das geht auch um die Freundschaft. So ein Johnny-Ding. Spontaner Bibi und Tina-Ohrwurm. Da kann ich nichts dafür. Das letzte Lied, was ich von Bibi und Tina gehört habe, ist da Johnny gestern, äh, Discord gepostet. Ähm, es gibt so eine Version von denen, wo sie, äh, 36 Grad singen und es wird noch heißer. Das ist wohl für irgendeine Bibi und Tina-Serie, die es aktuell gibt und das ist eine Sache. Das Besen-Rennen gibt es für drei Euro auf Steam, vielleicht was für Crab Racer. Ja, vielleicht, mal schauen. Generell das Gefühl ist Crab Racer, äh, aktuell. Es kommt, äh, morgen eine Folge Crab Racer tatsächlich, wenn wir gerade dabei sind, von Downtown Run. Die haben wir in Sicht direkt nach der letzten Folge aufgenommen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, äh, Crab Racer, äh, relativ, ich weiß nicht, ob es ein totes Format ist, aber ich weiß es nicht. Letzte Folge kam auch nicht so gut an, aber die Sache ist, äh, wie viel kann man zu dem Spiel immer sagen? Ich meine, sie kam jetzt nicht schlecht an, aber auch nicht zwangsweise gut. Versteht ihr? Waititi wurde auch in das Bibi und Tina bei dem Blümchen Cinematic Universe aufgenommen. Äh, ich weiß, hm, ja, das fühle ich nicht. Außerdem Waititi, das ist, äh, ein Name, den man lange nicht mehr gehört hat. Außer wir jetzt Zwiebel, Madbrot, 7 Monate, Riesab, El Kibasa, 46. Wie wir dem Dank. Oh, Anti-Groo, äh, Anti-Groo, Anti-Groo, die Fliege, ein bisschen anstrengend. Dieser Haufen hat uns geholfen, Madder zu besiegen. Wisst ihr, was immer scheißlangweilig war? Gibt's Leute, die animierte Benjamin-Blümchen-Serie mochten? Die waren nämlich echt langweilig. Man hat aber sehr viel über, äh, die Kleinstadt-Politik, äh, von Neuhausen gelernt. Und jetzt hab ich schaden genommen. Das ist, äh, schlecht. Könnt man sich irgendein, äh, bei ihm in Blümchen, äh, Riespiel da, hab's eigentlich mal vor Ewigkeit mal gekauft. Irgendwann sollte wir's wahrscheinlich mal streamen oder so. Ich mein, dafür hab ich's mir gekauft. Ich wünsche, ich würde Soul Arts bekommen durch das, äh, Rerollen. Das werden sie, äh, gezielt rausgenommen haben, dass man irgendwelche Consumer Bist oder sowas dazu bekommt. Blümchen war quasi Politfridder. Yeah. Ja, Flagen von Kinderserien sind Trash. Weiß nicht. Tja, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich irgendeine davon jemals gesehen hab. Ich weiß nur, dass sie echt nicht gut aussehen, wenn sie, äh, animier, äh, so 2D-Animierteserien dann zu irgendeinem CG-Ding machen, was super generisch aussieht. Man denkt sich, ja, das ist, äh, sieht nicht so gut aus, aber jetzt mögen den Lock mehr. Oh, es ist günstiger. Bob der Baumeister schlecht gealtert. Sieht an, dass Bob der Baumeister, äh, schon immer schlecht war. Das ist vielleicht zu hart, aber ich war, ich war zu alt, als Bob der Baumeister bei uns lief. Ich mein, ich hab's natürlich trotzdem geschaut, aber es ist ja nicht sein, dass ich zu alt dafür war. Ach, schade, oh, ich hab Griffiths hat. Bob war einfach nie bereit, sich auf, äh, eine Beziehung mit, äh, Wendy einzulassen. Man hat gemerkt, dass sie will, aber man hat auch gemerkt, dass er eigentlich nur mit seinen Fahrzeugen umherfahren und, äh, Dinge reparieren will. vielleicht mit seinem Mund ein paar Motorengeräusche machen. Ach, komm schon. Dankeschön. Weitere Seite mit dem Pool. So, normaler Eden Run. Äh, das ist ein normaler Tainted Eden Run. Also, nicht direkt. Das Gute, die Reste, ich werde ruhig, die schlechte, ich kann nicht mehr in Ruhe, äh, verkaufen. Haben wir schon verloren. Äh, nicht mehr in Ruhe einkaufen. Haben wir schon verloren. Und warum willst du eigentlich, äh, irgendwann gegen 9 Uhr einkaufen gehen? Äh, willkommen, H3O. Es steht 2 zu 0 der 90. Äh, uh. Ja, das ist, äh, 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 ich mein, war Deutschlands Performance nicht in den letzten, äh, wie, warte, was ich heute gelesen hab, ähm, auf Discord, verstehe ich mich nicht falsch. Frankreich und Portugal sind auch schon draußen, oder was? War ich das richtig gelesen? Ich mein, ich weiß nicht, ob Portugal aktuell noch gut ist, aber ist Frankreich aktuell nicht? Super gut. Frankreich hat gegen Schweiz verloren. Uh. Gegen die Schweiz. Alle drei in unserer Gruppe waren, äh, wie war es in unserer Gruppe waren? War abzusehen. Ja, von 2014 haben wir doch, äh, mit Glück gewonnen. Wir sind seit 50 Jahren locker trash. Ich vermute, gegen England zu verlieren, ist ja nicht die größte Schande. Oh Gott. Oh Gott. Ludovico hat die Knie. Sollt wahrscheinlich eine relativ gute Mannschaft immer noch haben. Nein, England ist stark. Ja, ja. Weil dagegen, wen ist Portugal raus? Ist Portugal noch gut? Ja. Da drüben waren die Bosse. Also, ich kann auch ein Angelly bekommen. Moment, eine 11,5%-Geschance. Gegen Belgien. Ist Belgien eine gute Fußballnation? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich sehe schon, die nicht französischen Französisch-Sprecher sind in dieser eben ziemlich stark unterwegs. Das ist nur noch Luxemburg auftauchen. Und dann haben wir uns einen neuen Meister. Oh oh. Oh, ich habe den Brimstone. Und ein Glückskeks. Hey, 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 Freund. Ich kann sich einfach entkommen. Ich gerade dabei bin, anzugreifen. Nein, 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 Ich behalte die Kugel für dich. Big Horn hat immer Ah! So viel HP. Unser Er hat ein X auf der Stirn. Sieht aus, wäre ein Tinted Rock. Das heißt, wir kommen dann schon ein bisschen Lust anzugreifen. Aha, wir können auf jeden Fall noch in den Cursed Room schauen. Wenn wir noch ein paar Herzen irgendwo hätten, dann können wir auf jeden Fall noch versuchen, in einem Sacrifice Room zu spielen, aber ich weiß nicht. Nein, Moment, das wäre eine fürchterliche Idee. Wäre es eine fürchterliche Idee? Weiß gar nicht. Wahrscheinlich. Ne. Können wahrscheinlich so oder so laufen. Ah, okay. Ja, was hat mich gerade erwischt? Ah, hier wären Rainbowhaufen gewesen. Oh, der wäre mit dem Sacrifice Room so gut gewesen. So. Relax. Ich bin schon so dermaßen entspannt. Und Shot Speed ab. Oh, das beste Item von allen. Nice. Ach, warum ist dieses Item überhaupt im Spiel? Ach, mein Lieblings-Item. Was hört man nicht? Hä? Ah, wie auch immer. Ich nehme meine Herzen und ich haue ab. Data Miner Reroll Stats kann also manchmal nützlich sein. Oh, das tut er. Hätte ich ihn nicht. Ich hätte ihn so oder so einfach so eingesetzt. Das wusste ich nicht. Sicherweise nehme ich den nämlich nicht mit, wenn ich ihn bekomme, denn das ist Data Miner. Machen wir uns nichts vor an der Stelle. Okay. Ich habe dieses grüne Ding. Jetzt wollte ich gerade sagen, was gerade passiert ist. Oh mein Gott. Meine Feuerharte ist ziemlich mies. Sie ist ziemlich mies. Ah, Kee-Pieces werden nicht rerolled. Tragischerweise. Oh mein Gott, da werde ich erst mal zuschlage. Hab ich jetzt gar nicht gesehen, den Angriff? Das ist relativ interessant. Nein! Nein! Ich wurde getroffen. Ah, was soll's. Warum gehe ich hier überhaupt noch rein? Gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Oh, Tiny Planet. Das ist ebenfalls gefährlich. Wir müssen auf jeden Fall, im Idealfall sollte ich auf jeden Fall noch versuchen, an mehr Geld zu kommen, denn wir sollten auch mehr Alters aus dem Shop mitnehmen oder sowas. Dann wiederum, ich bräuchte auch einen Angel-Deal, aber wir haben bisher ein Nullstück bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass ich einen bekommen werde. Ich habe Rocket in der Jar. Ich hatte Rocket in der Jar. Das 2020 Techno... 2020... Oh, nein! Nein! Warum habe ich hier mal Glass Cannon? Glass Cannon bedeutet, dass ich Deutschland jetzt raus... Ich meine, ich habe gehört, dass wir in der 90. Minute, dass wir 2 zu 0 hinten lagen, dementsprechend nicht die größte Überraschung soweit für mich. Warum fühle ich... Was sind das gerade für Räume in diesem Run? Hier liegt auch einfach ein Item. Komplett nutzloses Item, weil ich schon ein Space-by-Item habe, aber dennoch. Und das ist ein super starker Bild gerade. Den würde ich gerne behalten. Da wäre ich getroffen, nehme ich auch extra Schaden. Also, viele Gründe, wo ich diesen Bild behalten will. Das ist halt wirklich stark. Nimm es doch damit, Glass Cannon dich nicht umbringt. Das ist ein hervorragender Punkt. Ich beschwere mich über Glass Cannon, dabei ist hier ein einfacher Weg, um sie direkt loszuwerden. Ah. 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 Damit kann ich vielleicht kostengünstig immer noch ein Secret-Room mitnehmen. Ich weiß aber nicht, wo. Der gute alte, der gute alte Bob hat es wieder mal. Gott. Gappys Zell mitnehmen ist ein Fehler, oder? Die Tränen fliegen da rüber. Das ist super schwach gerade. Oh nein. Cursed Eye. Warum habe ich schon wieder keine Herzen mehr? Was passiert? Warum bin ich schon wieder fast tot? Irgendwann habe ich das Gefühl, dass ab Dekropon ist, meine Tainted Eden Runs komplett in sich zusammenbrechen. Wie lief die Runs bisher? Ganz okay. Ich habe die Isaacs Awakening Challenge geschafft. Ich wollte gerade sagen, was? Ich wurde... Ach, können wir bitte nicht das behalten? Können wir bitte Cursed Eye loswerden? Das wäre echt cool. Also wirklich, wirklich cool. Aber es wäre gleichzeitig auch zu cool. Dementsprechend bleiben wir einfach mal dabei. Oh nein, ich habe gar nicht... Oh nein, ich habe gar nicht... Oh, ich habe eine super hohe Feuerrate. Das heißt, ich kann auch einfach spammen, was bestimmt eine gute Idee ist. Hier ist ja wohl ein Tinted Rock, das fühle ich. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie sie hier aussehen mit diesen neuen Steinen. Eher meldet euch, wenn ihr einen seht. Ich sehe keinen. Wenn es super, wie der Kommentator immer anmerkt, dass England nicht besser war. Ja, sie waren aber auch nicht schlechter. Oder? Perkado. Das ist eine Menge Bargeld. Sehr schön. Schätze, ich werde mich immer auf den Weg zum Boss begeben. Weiter hat jeweils drei gute Chancen. Okay. Und das? Oh, das ist so viel Geld. Und wenn jemand von euch sich ein bisschen was leihen muss, hat euch keine Sorgen. Ich bin... Oh mein Gott, nicht er. Okay. Dann hat sich das so weit erledigt. Warum bin ich hier reingegangen? Oh mein Gott, ich habe so viele Herzen. Aber die werde ich auch wieder verlieren. Was ist das für ein Goat Baby? Hm. Speed von 0,3. Das könnte ein Problem werden. Unter Umständen. Wie viel Münz kostet neue Grafikkarte? Äh, 1200. Wegen Taurus. Wegen Taurus. Oh, verstehe. Oh Gott. Bananenschüsse. Rettet mich, Bananenschüsse. Hey! Ich habe Leben bekommen. Oh, das ist Damage. Oh Gott. Warum muss es immer Cursed Eye sein? Immer. Es ist einfach immer Cursed Eye. Warum macht das keinen Schaden? Cool. Oh Gott. Das ist halt auch der Boss, den ich so ziemlich am wenigsten kann. Wie könnte das gerade eben mit Polyphemus gewesen sein? Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich kann einfach ab dieser Ebene brechen meine Tainted Eden Runs in sich zusammen. Wie kann es sein, dass er an dem... Oh mein Gott, ein Zehner. Wie kann es sein, dass Tainted Eden einfach ab Necropolis komplett fürchterlich ist? Wir können jetzt wenigstens ein bisschen Geld, aber... Aber er hat es noch ein Soulart hier. Das bringt nichts mehr an dem Punkt. Das ist übrigens ein guter Start soweit. Aber er ist zwar, aber auch der Boss, den ich am wenigsten leiden kann. Das heißt, er ist also ziemlich cool. Erinnere kriegen mehr HP. Man, ja. Äh. Jetzt will ich nehmen das mit, weil es günstig ist. Auch mal, weil es dann sowieso re-rolled wird. Tainted Rock im langen Raum. Oh ja. Jetzt berechte ich nur noch eine Bombe, um davon Gebrauch zu machen. Außer von Pro Keeper Nummer 1, zwei Monate. Re-Sub. Will mir dem Dank. Reden wir von Isaac Kiefer oder reden wir von Fußball? Oder so wärst du heute gebraucht worden. Range up. Ich höre übrigens niemanden hupen. Ja, das Gefühl, das Spiel hat den Leuten die Laune aufs Hupen verdorben. Brother Bobby. Will ich zu schadenfroh sein, aber ein bisschen. Ich werde meinen Ventilator mal eben anmachen. Oh mein Gott, die kühle Brise. Uh, die habe ich mir verdient. Ich wünsche, ich hätte eine Bombe. Ich würde stellen auch in unsere Richtung. Ich kann gerne, ich kann ja nicht ins Mikrofon pusten, wenn ihr wollt. Gibt es keine Briten in Bayern? Nein. Ich lehne mich denke ich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte. Es gibt auf jeden Fall in Bayern weniger Briten als Italiener. Falls das irgendwas bedeutet. Wir gehen weiter. Fingst du mein Nachbar bin ich und ich leise geworden? Ja, ich höre auch nichts. Dafür ist Deutschland rausgeflogen, deshalb hat man normalerweise bei Fußball sehr leidenschaftlicher Nachbar sehr wenig rumgeschrien. Weil ich hatte einfach keine Kraft mehr. Das ist einfach zu viel für ihn. Ich freue mich, wie das Leben ist, wenn man so eine Leidenschaft für sowas entwickeln kann, dass man sowas mitnimmt und eine Mannschaft beim Fußball verliert. Das Gefühl, das sei ein Ausmaß, eine Leidenschaft, das ich in meinem Leben nie miterleben werde. Aber dafür erlebe ich auch keine Freude. Oh, das ist gerade eine Menge Geld. Da freue ich mich ein bisschen. Vielleicht erlebe ich ein bisschen Freude. Kannst du bitte das Anti-Airlacing für den Bart anmachen? Ja, ich weiß, sieht ein bisschen unvorteilhaft aus, aber ich habe es an sich angemacht, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht nochmal in der Settings von X-Pit schauen. Das ist ein bisschen sehr wild, äh, pixelig. Moment. Diese Schalter waren immer ein Fehler. Ich bin ja bisher übrigens noch nullmal getroffen worden. Und wir bekommen eine Menge, äh, oh nein. Oh nein. Dieser Raum wird, äh, an der ich wurde noch nicht einmal getroffen, Front. Das ist ein dummer Raum. Und ich habe einfach instant, ich meine, ich habe genauso viel Herzen wie davor, aber ich fühle es nicht weniger. Ach Gott. Ich hasse diesen Raum. War ich kurz davor zu sagen, dass es bisher okay lieb und dann instantiv sehe ich mir okay. Äh. Weil ich Space gedrückt habe, hatte ich diesen Blood Charger und war nicht mein Spacebar-Item voll? Ich wollte eigentlich dieses Spacebar-Bombenteil hier drüben liegen. Da war eine Fliege. Da war eine Fliege im Raum. Gute Fliege. Ich habe nicht die gute Fliege, oder? Kann ich da nicht reinhüpfen? Äh. Vielleicht bekommen wir noch eine Bombe. Ist der einzige Spiel, das ich nie selbst gespielt habe? Nein, ich habe es auch nicht gespielt. Warte, ich habe 2,58 Damage. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh oh. Nein, das ist die Orbital-Fliege. Genau die lila Fliege, die man nicht haben will. Ne. Will ich auch nicht haben. Voller! Das ist auch okay. So, äh, gehen wir zum Boss. Nein, Mann, ich will noch zum Shop. So viele Münzen. Mein erster Sieg gegen Mom, der Unterricht bei Mogi taugt was? Ich weiß nicht, ob ich, äh, bester Isaac-Lehrer bin. Damit meine ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht bin, aber, äh, Glückwunsch. Kenne ich mal mehr irgendwelche coolen Tricks für Repentance oder so? Keine Ahnung, was das Metagame beinhaltet. Aber wir benähern uns dem Ganzen. Erstmal lerne ich mit Tainted Eden was zu machen. Damit meine ich nicht zu sterben. Und dann wird alles besser. Ja, die Schere ist ziemlich mies. Alle vier Räume kann man seinen Kopf, äh, abtrennen, der dann den Schaden von dem, äh, Orbital macht. Und der, äh, nicht Orbital, sondern von dem, äh, Random Begleiter. Sie, äh, Standard 3,5 Damage. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Thema Meta kann ich sagen, dass du unbedingt, äh, Mother mit Bethany killen möchtest. Puh, das ist, äh, das ist eine Menge, die du hier gerade von mir erwartest. Los geht's, Kopf. Na ja, Moment, das macht gar nicht. Wohin der Kopf geändert? Das Bluten ist neu von dem Körper, oder? Ich könnte schwören, dass der besser wurde. Ich bin noch bereit, äh, einzuschauen, dass ich mich dabei täusche. Wie so oft. Oh, äh, okay. Okay. Terra, Born to Rock. Oh, das ist das Leben. Was seid ihr davon? Erleitling, boy, 14 Monate. Restart, liebe lieben Dank. Das bekam ich jetzt wegen der, äh, wegen der einprozentigen Chance, die man immer hat. Also, das ist immer noch ein guter Damage, aber wenn ich Glück habe, wird das dann zu weiteren, ähm, Planetarium-Items, äh, gererollt. Was im Laufe des Runs ziemlich hilfreich wäre. Du rollst jetzt, äh, du rollst jetzt, äh, durch Planetarium-Items. Yeah. Zumindest mit etwas Glück. Das ist aber, das ist so ein gutes, äh, Pickup für, äh, Eden. Mein Gott. Leider keine Bombe. Ich hätte die beiden mitgenommen. Oh nein. Aber das ist, was, das ist die gute Fliege. Ah. Ich dachte, die um einen herumrotiert ist die schlechte. Ich lag scheinbar falsch. Ganz offensichtlich. Ich muss sagen, ich mag den Stein aktuell, in Kombination mit Rubber Cement. Das ist ziemlich spaßig. Und jetzt muss ich einfach nur für den restlichen Run nie wieder getroffen werden. Dann sind wir. Uh, da sind wir im Spiel. Ist okay, PC. Ich fahre mich immer noch, wo man manchmal so random rauszutzt. Oh, das könnte interessant werden. Wir machen gleich mal was von dir, mein kleiner Freund. Die Steine haben Nerven aus Stahl. Nicht ganz so hart, aber ziemlich, äh, harte Nerven. Zeig der Kompass nicht den Secret Room an. Nein, ich hämmer nicht. Oh, großer Gott. Das war eine Explosion. Wie gewonnen, so zerronnen. Das ist eine Bombe für den Kampfraum. Ja, aber ich würde fast, oh nein. Das mache ich jetzt. Ich habe kein Herz hier. Okay, ernsthaft, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt einfach verbluten? Warte, links ist ein Herz. Komm ich da ran? Dann komme ich ran. Okay. Ist das Planetarium-Item? Ja, ist es. Das hatten wir schon mal. Und meine Equals Power. Denn Geld ist Macht. Oh, Gott. Absolut miserable Leistung an der Stelle. Aber, ich werde den Reset-Button betätigen. Okay. Ist wohl das Planetarium-Item, nehme ich an. Die nächste Ebene und du kriegst vier Secret Rooms. Ich weiß nicht, ob ich es ohne getroffen zu werden direkt in die nächste Ebene schaffe. Oh, ist das eine XL-Ebene? War es vorhin schon eine XL-Ebene? Was war das? Oh nein. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Und ich bin nicht begeistert. Hoffentlich läuft es hier besser als beim Fußball. Ich weiß nicht. Danke für die erhöhte Feuerrate. Weiß ich zu schätzen. Weiß ich, ob es hier besser als irgendwas läuft, aber kann wohl schlechter laufen, denke ich. Das war eben das beste Planetarium-Item Ice-Tiers. Oh, okay. Ice-Tiers haben mich ein bisschen verwirrt. Der Rels ist ja immer so ein bisschen... Oh mein Gott, ich habe ein halbes Soulheart bekommen. Ich weiß nicht wofür, aber ich weiß das sehr zu schätzen. So gut, das hat mit Planetarium-Item zu tun. Können wir übrigens mal kurz drüber reden, wie gut dieses Spinnen-Ei ist. Denn es ist ziemlich gut. Oder Fliegenei oder was auch immer das ist. Das Fliegen-Ei spinne ich rausbekomme. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Der Begleiter hat auch eine enorme Feuerrate. Das heißt, das ist wieder ein acceptabler Bild. Ich habe zwar nach wie vor so gut wie keine Herzen, aber wir nähern uns dem Ganzen. Uh, beruhigt euch Jungs, beruhigt euch. Da ist es ein Fliegen-Eier. Ach nein. Warum muss das ausgerechnet schon wieder Glass-Shard sein? Ach, das ist das Schlimmste. Dann heißt es jetzt wohl warten. Außer im Timo-Termon, äh, ein 20-Motor-Tek. Resub, ich will dem Dank. So, das sind jetzt wieder die Ice-Tiers. Wir sind aktuell, ich bin aktuell nicht gut dabei. Muss ich ehrlich gestehen. Das ist, äh, weiß nicht, was ich hier gerade mache, aber es ist nicht gut. Okay. Immer schön einfrieren. Immer schön einfrieren. Wuh. Gott. Wenn eine Gegner nicht kille, damit einfach zu Eisstatuen. Ich vermute. Hilfe ab! Oh, yes. Nicht so cool. Aber wir haben die Felsen wieder. Kann ich bei den Felsen eigentlich Steine kaputt machen? Ja, kann ich. Ich kann auch das da unten kaputt machen. Ich meine, ich hatte unendlich viele Bomben, aber würde es trotzdem ausprobieren. Wir legen uns ins Bett. Volle Leben. Und jetzt. Das haut nicht hin. Jetzt würde ich sagen, äh, wünsche mir Glück. Range up. Zweimal. Sehr schön. Kannst du auch Türen aufschießen und Räume skippen. Ja, wahrscheinlich mehr, wenn ich hier keinen Schaden nehme, ein bisschen, äh, riskant zu sein. Und yes, Capricorn. Das allein wäre jetzt schon wieder so ein guter Bild, aber leider müssen wir ja auch ihn aufgeben. Wovon ich kein Fan bin, aber so ist das Leben manchmal. Es ist wie gewonnen, so zerronnen. Das kann man nicht auf die Jungs sagen. Es ist einfach, es ist einfach eine gute Redewendung. Ich will diesen Bild nicht aufgeben. Das wäre so cool, wenn ich das behalten kann. Ähm, ich meine, das ist ein Spaceball-Item. Äh, cool, denke ich. Ach. Steine-Quatsch. Das wäre so cool. Ich höre ich das an. Kein, kein extrem hoher Schaden, aber ist auch nicht niedrig. Ich werde auf jeden Fall die, äh, Teile im Auge behalten, dieses Mal. Äh, ich denke, ich habe das Zaulat mit und dann haue ich ab. Für alle anderen Dinge habe ich nicht allzu viel Verwendung. Muss ich leider, äh, gestehen. Und ich hätte gerade fünfmal getroffen werden sollen oder so. Ganz vorsichtig. Ganz langsam. Aber ich bin so nervös. Und ich weiß, wenn ich jetzt dann wiederum, ich weiß, wenn ich jetzt getroffen werde, wird der Bild, den ich danach wieder super schlecht sein, aber ich kann hier nicht sehen, du bist so winzig. Aber dadurch, dass ich die, äh, immer welche von den Planetarium-Items habe, habe ich das Gefühl, das ist, äh, ziemlich gut für mich. Ziemlich guten Bonus, wenn ich jetzt noch ein, äh, Angel-Deal-Item auftreiben könnte. Puh, dann wären wir im Spiel. ich fürchte, ganz zu viel haben wir aktuell noch nicht. Zeig dich. Okay. Puh. Und wir haben Monster-Manuel. Ich weiß übrigens nicht, warum der Isaac gerade so winzig ist. Aber ich, ich habe auch nichts dagegen, denn ich habe einfach mal die Hoffnung, dass, äh, günstiger Isaac auch eine winzige Hitbox hat. Lock up! Oh nein, der nimmt dich. Yes! Oh mein Gott. BBF. Du hast es wieder mal geschafft. Agent Boy leider sagenhaft scheiße, aber ist okay. Puh. Okay. Nichts am Boss. Oh, das ist mit dem Tiny Isaacs auch Planetarium-Item. Yes! BBF ist einfach alles, was wir brauchen. Mit BBF meine ich. BBF in Kombination mit der, oh Gott, dem Knaben, der sie alle ablenkt. Komm schon, Angel Deal. Ich meine, wir haben eine 9% Wahrscheinlichkeit, das heißt, es ist nicht zu bekommen, ist keine Überraschung, aber lief okay. Ah, gehen wir weiter. Du hast die Ebene mit Luna gestanden, also such fleißig nach Secret Rooms. Hätte ich wahrscheinlich machen sollen, aber ich weiß nicht ganz, was Luna macht. Ich hoffe, dass sie erzählt, dass Verteidigung. Warum habe ich das Gefühl, dass das Spiel gerade ein bisschen laggy läuft? Liegt das an mir? Oder ist das gerade ein bisschen laggy? Stellenweise. Das ist eine vernünftige Rune. Haben wir das Spiels von Zelda inspiriert? Alles ist langsam. Ah ja, ich habe die Stopwatch. Ja, außerdem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Zwei Items hier rauszubekommen. Ziemlich stark. Auch wenn meine Feuerrate nicht weiter erhöht werden kann, aber das ist eine Ausbeute. Yeah. Dieser Run ist generell gerade ziemlich, er ist ein bisschen gesegnet. Wir bekommen hier eine Menge Zeug. Also ich werde mal mit dem Tainted-Character, der den Red Key mitnimmt. Ich vermute, dann bekommt man schlicht und ergreifend in dem Raum nichts, oder? Goldraum. Also ich werde, auf jeden Fall noch den Run irgendwie ruinieren durch dumme Entscheidungen. Macht euch darum bitte keine Sorgen. Das ist nämlich die eine Sache, die immer passiert. Soll, kannst du bitte weggehen? Das ist die eine Sache, die immer passieren wird. Ich werde immer einen Weg finden. Das ist eben von Turbo L oder I. 5 Monate. Wie ist es? Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche mein Damage wäre ein bisschen höher, aber erzähl mir bitte was Neues. Ich wünsche dir immer ein bisschen höher. Wir haben so eine gute Feuerrate, aber nicht so recht den Damage, der damit arbeiten kann. Könnte interessant sein, unter Umständen. Wir werden die Lavas Karte mal behalten. Ich meine, ich werde sowieso verlieren, aber prinzipiell wäre das, ich bin so winzig immer noch. Prinzipiell wäre das interessant. Dann wiederum, ich muss spammen. Vielleicht ist es auch einfach nur nervig. Greed, Greed. Manchmal fühlt man einfach, dass Greed ein erwartet. Ich habe das Gefühl, Chocolate Milk aufzuladen ist aktuell nicht die beste Entscheidung. So, ich habe ein bisschen Geld vervielfacht. Das heißt, wenn wir noch einen Shop bekommen, bei dem es irgendwas zu holen gibt. Mein Gott. In welchem Charakter wird gerade gespielt? mit Tainted Eden. Tainted Eden hat quasi den, die Voreffekt jedes Mal dann, wenn er Schaden nimmt. Also, sobald ich einmal getroffen werde, werden alle meine Items gererollt. Oh. Okay. Vielleicht sollte ich im Kampf eine Bombe einsetzen. Und wir haben gewonnen. Das sind starke Bomben. Oh yes, Angel Deal. Oh yes. Genau, Key wird nicht rerollt. Das bedeutet aber ehrlich gesagt, dass ich trotzdem versuchen werde, den Schlüssel mitzunehmen. Wenn ich mal jetzt so drüber nachdenke. Denn ich meine, wenn wir vielleicht die Gelegenheit bekommen, Megasata zu machen, wer wäre ich, wenn ich mich darüber beschweren würde? Kann der gar nicht ins Feuer einen Schaden nehmen? Ja, kann er. Ich bin gerade übrigens wirklich erstaunt, wie lange ich diesen Bild hier gerade halten kann, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Und wir haben unser erstes Angel Deal Item im Pool. Hauen wir ab. Skillman klingt unter Umständen gar nicht mal so geil. Ich meine, es ist auf jeden Fall, es ist interessant, denke ich. Ich denke, es ist ein spaßiger Charakter, aber ja, es ist kein problematisch sein. Hm. Ich überlege, ob das ein Run ist, bei dem ich... Ah, nein, wir... Nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, ich überlege, ob das ein Run ist, bei dem ich The Beast versuchen will, aber wisst ihr was? Nein. Wir haben so viele andere Dinge, die wir machen könnten. Dann wiederum... Will ich oder will ich nicht? Ich meine, ich hätte ja eine... Die älteste Runde wird re-rollt, aber... Ich habe... Ich habe Angel Deal Item und ich habe das Planetarium. Frage ist halt, ob ich re-rollt technisch überhaupt so viel stärker noch werden würde. Du willst? Ich glaube nämlich auch, dass ich will. Nein, wisst ihr was? Nein. Unter Umständen, wir schauen jetzt mal, was im Shop ist, okay? Weiß jemand so was, in welchem Pool das Item von dem Typ dazu zählt, wenn das re-rollt wird? Das wäre nämlich ganz gut zu wissen. Ich habe keinen Schlüssel. Nein, was soll's? Denn wenn es, äh, der... Wenn es zu was anderem wird, als dem, was aktuell ist, könnte es hilfreich sein? Das war so viel Schaden. BWF ist so stark. Mein Gott. One makes you small. Das ist der kleinste Isaac, den es jemals gab. Aber tatsächlich hatte, ich meine, Run-One noch kleiner, aber das ist ja schön für dich. Das ist trotzdem ziemlich winzig, okay? Okay? Oh, 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 oh. Oh, ich habe auch die Mantle. Oh mein Gott, nicht getroffen werden. Holy Mantle ist so gut. Oh mein Gott, wir dürfen Holy Mantle nicht verlieren. Damit. Nein! Wir bekommen keinen Shop mehr. Das war unsere letzte Möglichkeit, noch einen Shop zu bekommen. Aber dafür einen Schlüssel. Was schon mal Gutes. Fast so klein wie Fully. Yeah. Oh, oh. Nein, 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 nein. Das Problem ist, ich würde fast... Ich glaube, ich werde an dem Hütchenspieler noch spielen. Jetzt ist er quasi The Lost. Naja, bei mir nicht. Ich habe Holy Mantle noch nicht frei mit The Lost, aber ich arbeite dran. Ich habe gestern, äh... 280 Münzen oder so, in denen er Greedo Marte donated. Das heißt, bald habe ich ihn auch. Ja. Ja, wir spielen an dem da unten. Ich fürchte, wir haben nicht wirklich eine andere Wahl. Dann meine ich, wir haben an sich eine andere Wahl, aber... Wenn das Item halt so was sinnvollem gererollt werden kann, dann... Ah ja, das ist das gleiche in den Schatz, das wusste ich nicht. Twitch Prime ist kostenlos. Nein, mit Twitch Prime sind selbst kostenlos. Twitch Prime kostet Geld. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu lange dauern. Der Vorteil ist, dass ich ein Lux-Set von 1,5 habe. Ah, die Frage ist, wie lange will ich das jetzt machen? Ich... Das Problem ist, ich... Ich kann eigentlich nicht wirklich aufgeben. Aus dem Automaten da links kann man auch was rausbekommen, richtig? Da kann man, glaube ich, einen Hunderter rausbekommen. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Bist du fertig bist? Yeah, ich denke auch. Ich glaube, aus dem Automaten links kann man einen coolen Hunderter rausbekommen. Cooler Hunderter könnte vielleicht auch einen flotten Dollar. Yeah. Der könnte auch zu etwas Hilfreichem gererollt werden. Yeah, ich fürchte, wir müssen bis zum Item-Drop gehen. Vor allem, weil die Shops jetzt nicht offen waren. Ich muss irgendwie noch schauen, dass ich hier noch ein bisschen was rausbekomme. Ja, was macht ihr heute noch so? Ja, ich mache das hier gerade, wie es aussieht. Bisschen Tainted Eden Run, dies, das. Der droppt gerade so viel Zeug. Verliere ich gegen ein Neugeborenes. Spielst du Isaac oder Bloodborne? Vielleicht gibt es einen Döner. Oh, yo. Ich bin aktuell, äh, ich habe aktuell beschlossen, dass ich diesen Sommer nutzen will, um, äh, die Welt der Salate für mich zu erkunden. Ich habe mir heute zweimal Salat gemacht. Du wisst ja was? Ich glaube, ich habe Salate unterschätzt. Ja, ich habe ein paar nette Dinge dazu gekauft, den einen. Ich wollte eigentlich nur einen machen, aber ich habe halt Feldsalat und dann, äh, habe ich die Gurke noch bei dem, bei dem, wofür ich das Zeug eigentlich gekauft habe, mit reingemacht. Noch ein paar, äh, Cocktailtomaten. Okay. Und, äh, ich habe mir Pinienkerne gekauft, von da habe ich noch ein paar drüber gegeben. Und, ich glaube, ich habe noch irgendwas gemacht, ich habe es vergessen. Beim anderen hätte ich auf jeden Fall noch Thunfisch mit dabei. Ja, was war sonst noch irgendwas mit dabei? Ich habe es aber wirklich vergessen. Na, ich bin nicht der größte Väter-Fan. Mach doch den berühmt-berüchtigten Meiss-Salat. Ich weiß immer noch nicht, was das, was das mit dem Meiss-Salat auf sich hat. Kann eigentlich ein Gegner rauskommen. Ich weiß, ich habe Polymantry spielt keine Rolle. Aber wer ein Gegner rauskommt, kann mir nichts anhaben. es ist ganz viel Mais und andere Sachen. Thunfisch ist auch genial. mehr. Und alles aus, das Salatblatt und die Tomate entfernen. Das war auch ein Spongebob-Ding, oder? Als wir mal einen Salat gemacht haben. Leute, Air-Defels sagen sie mir grundsätzlich Suspekt. Air-Defels ist doch ein Österreich-Ding. Nein, technisch gesehen wahrscheinlich auch in Bayern, aber sagt niemand. Wenn ich das höre, sonst werden dann immer Leute aus Österreich das sagen. Meine Katze mag Thunfisch. Katze fressen Fliegen. Prinzipiell fressen Katzen alles, wenn ihnen langweilig ist. Supermagnet. Was wäre ich denn jetzt mit dem Schwachsinn? Half-Down? Das ist alles und was bekommen wir am Ende? Eine Half-Down-Pille. Jeder Vorteil, den ich eventuell davon hatte, ist damit wieder gänzlich beseitigt. Das war zu 100%. Dafür habe ich eine Menge Bomben, denen ich mal eben in den Geheimraum mitnehmen kann. Hier links ist er doch. Du bist auch da. Das fühle ich doch. Und wir bekommen Herzen. Schön. Davon habe ich erst 800.000. Das heißt, das ist ziemlich cool. Von Half-Pille werden sich auch interessant. Jedoch muss ich was zum Rausswappen mitnehmen. Ich hasse es immer, wenn ich in einem Arcade-Raum so viel Zeit verbringe. Weil es einfach nichts bringt. Vor allem, wenn es nichts bringt. Ist okay, wenn es was bringt, aber in dem Fall, es war absolut nichts. Und hier haben wir Jera. Also von Miomas 8 Monate Re-Stub. 6 Monate ist ein halbes Jahr, habe ich recht. Nein, es sind 8 Monate. Wie viel lieben Dank. Aber ja, 6 Monate sind in der Tat ein halbes Jahr. Das heißt, das ist heute richtig. Oh mein Gott. Wir machen das. Ich bekam einen fetten Orbital. Ich kenne mich in dem Ausmaß aus, weil ich mich mir das wünschen würde. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen nach dem Super-Secret-Room und dann kämpfen gegen Mom. Und wenn ich nicht zweimal getroffen werde, kann ich mich mit dem Fool rausworpen. Das Problem ist, wenn ich zweimal getroffen werde, dann wird mein Fool rerolled. Und wer weiß, was wir dann bekommen? Wisst ihr was? Wir gönnen uns heute was. Bist du mich verarschen oder so? Hey. Eine rote Kiste. Eine rote Kiste. Okay. Für sieben Schlüssel. Vollkommen normal. Hey, ein Tinte-Drop. Das ist nicht lang her, seit ich zuerst Small Rock bekam, fällt mir gerade auf. Dann wiederum bekommt man aber, oder ich zumindest generell nicht mehr so viele Tinted Rocks, wie es mal der Fall war. Wie lange habe ich jetzt eigentlich schon diesen Bild? Es fällt mir gerade schwer zu glauben, dass ich irgendwann noch einen anderen haben werde. Der begleitet mich jetzt gefühlt schon durch den gesamten Run. Auf zu schreien. Okay. Äh, Polaroid oder was auch immer. Ich würde sagen, das ist ein Zeichen an der Stelle. Das ist ein Zeichen, dass das so weit so lang gut gegangen ist. Wir werden versuchen, dieses Zeichen zu deuten. Alges. Ich meine, wir werden sie nicht behalten können, aber ne. Kann nicht schaden. Warte, wo war der Raum? Ich war da oben rechts, oder? Nein. Oh nein, wo war der Raum? Ich hätte die Soulhards wahrscheinlich hier ran sollen, wenn ich drüber nachdenke. Was soll's? Versuchen wir es. Er hat Morgi Bright Ride freigeschaltet. Ich denke nicht. Okay. Ey, ich liebe es übrigens, dass ein Chocolate Milk Run ist und mein Damage zu gering ist, um damit wirklich das aufzuladen. Das heißt, ich muss einfach die ganze Zeit spammen. Das ist so ein kleines bisschen nervig. Oh, hat das keinen Schaden gemacht an euch? Oh Gott. Ich bitte aufhörter zu spammen. Ich habe doch heute schon Isaacs Awakening gemacht. Warum muss ich jetzt schon wieder die Tasten spammen? Naja, gut. Das ist desaströs möchte ich einfach mal meinen. Oh nein, alle Pillen, die wir haben, sind gut. Okay, das ist gut. Wir Emperor mal eben. Das ist ziemlich gut. Das bedeutet nämlich, dass wir ein HP abbekommen haben. Was war nicht immer dieses dramatische, äh, diese dramatische Streit, der dann irgendwie sehr wenig eine Sache oder nicht? Wurde noch nicht ganz schlau aus der Isaac Lore. Aber damit bin ich bestimmt der Einzige. 4,2 Damage. Ich habe das Gefühl, gegen The Beast ist das, ich mit so viel Damage auftauche, wird das ziemlich ungünstig sein. Ich glaube übrigens nicht, dass ich The Beast schaffen werde fürs Protokoll. Das Gefühl, es kann so viel schief gehen. Au. Hey! Was? Wie es aussieht, habe ich, äh, aber das ist nicht gut, wie es aussieht, habe ich einen Goldraum verpasst. Wo ist das, dass ich einen Goldraum verpasst habe? Es gibt einen Mord, mit dem man einen Streit muten kann. Es gibt irgendwie für alles der Mord kann das sein. Das bringt nichts. Es gibt einen Mod für Lebensbalken, es gibt einen Mod für Streit zu muten. Naja, ergibt Sinn. So sehr nervt mich der Streit auch nicht, weil der kurz ist, aber ich das Gefühl sehr viel beiträgt zu dem Ganzen. Das ist ein Rohrwurf so hoch habe ich im Sportunterricht nie geworfen. Das ist gar nicht versprechen. Warum sind eigentlich die Türen alle offen? Ist das wegen dem Sternzeichenteil das ich hier habe? Das ist nämlich relativ hilfreich ehrlich gesagt. Das heißt ich kann einfach überall durchlaufen. Shut up Maggie! Ja, ja, ich gehe schon. Oh, sie von Marder, 12 Morde. Resub, wie wir lieben Dank. Da wir haben noch sie. So, okay, ist ja was, der Streit ist doch ein bisschen nervig. Im Goldraum, da ist nichts, okay. Ich wollte noch mal auf Nummer sicher gehen. Da nicht vielleicht, dass wir in welchen Gründen inzwischen irgendwas drin ist. Was ist das für eine Pille? One makes you small. Dann würde ich sagen, ich fühle mich gerade viel zu groß und angreifbar. Es sinkt eigentlich, es schrumpft die Hitbox, wenn man kleiner wird. Da bin ich nämlich nicht sicher, ob das eine Sache ist. Ich habe nämlich gestern gehört, naja, da gehen wir nicht ran. Ich habe gestern gehört, dass bei der One makes you larger Pille ist die Hitbox nicht wirklich größer wird. Deswegen frage ich mich, wird die Hitbox dann kleiner, wenn man eine One makes you small Pille hat? One makes you small macht die Hitbox kleiner, One makes you larger, aber nicht größer. Okay. Das ist ziemlich gut, denn One makes you small sollte ja eigentlich, ähm, sollte ja bestehen bleiben. Großer Gott. Nein! Ah, ich habe direkt so viel Schaden genommen wegen... Oh nein, meine ganzen Soulhearts. Mein ganz... Alles. Ich habe alles gerade. Ich habe Relic gerade bei mir. Das könnte hilfreich werden. Warum sind alle Gegner gerade gecharmed? Goldene Trollbombe. So, auf einfach das Relic, äh... Uh, ich habe nur noch zwölf Münster. Vielleicht reicht das. Sad Bombs. Schade Schokolade. Ah, ich hoffe, dass ein Relic, ähm, Soulheart für mich, äh, droppen wird. Hatte ich vorhin auch schon 20-20? Das wäre hier hilfreich. Paralysis. Hast du ein Gegner, der ist wegen Luna gecharmed, dein Planetarium-Item? Oh, die ganzen Tentake haben auch noch ein bisschen gehört. Oh ja, aber ich habe in jedem Raum andere Tiers, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, an welchem Item das liegt, aber... Oh, ich hatte wahrscheinlich gerade Manifest Power. Können wir nicht die Feuertiers haben, bitte? Soll ich den Strohhalm einfach reinsetzen. Ich meine, wir haben den Strohhalm nicht grundlos. Ach. Was ist das für ein Item, das das macht? Ist das der Keks? Irgendwas switcht dir gerade die ganze Zeit meine Items umher. Und das gefällt mir... Oh nein. Oh nein, was ist das? Hä? Aber warum? Aber warum? Was hat das jetzt... Hä? 3 Dollar Bill ist das, was das macht. Okay. Was war das? Was war dieses rote Portal? Hä? Au, das ist ein Portal-Item, das ich habe. Vielleicht, wenn ich nicht mal ein bisschen Bargeld bin, man weiß nie, wann man mal die Quizpower mal hat. Naja, Auto-Jump brauche ich auch nicht. Blaues Secret Room, goldes Item Room, rotes Boss Room. Relativ interessant. Ich dachte schon, dass ich... zu irgendeinem supercoolen Boss oder so kommen werde. Kannst du bitte weggehen? Übrigens, Shoutout an der Stelle an The Relic. Welches mich gerade... Welches bisher... 0 Soul Hearts ausgezahlt hat. Okay, Basement 1. Ich schätze, wir schauen, dass wir hier noch... ein paar Soul Hearts rausbekommen. Spawnt immer im ersten Raum. Oh, das ist eigentlich relativ cool. Ein Soul Heart. Drei Stück bräuchte ich im Idealfall. Oh ja, ich glaube, die Motte, um den Schreit zu muten, wird gerade sehr verlockend auf mich. Ey, Spielverlust 97. Ach, Motte, resub. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin natürlich auch zum Isaac-Folge geworden, da habe ich mir letzte Woche Rebirth gekauft. Ich kaufe mir Afterlife-Plus. Oh, da wüsste ich eine Menge Beschäftigung haben. Two parts und Ace of Clubs. Hierophant. Lassen wir direkt hier liegen. Ich meine, Ace of Clubs kann ich bestimmt für irgendwas verwenden. Hier zum Beispiel. Nehmen wir uns ein paar Bomben mit. Shotspeed up. So weit, so gut. So weit, so gut. Das war ziemlich knapp. Mein Damage ist immer noch bei 5,7. Mir gefällt nicht, dass mein Damage die ganze Zeit über super niedrig ist. Daran würde ich wirklich gerne etwas ändern, wenn ich die Möglichkeit hätte, aber ich fürchte, ich habe nicht ganz die Möglichkeit dafür. Au. Eigentlich war es so slung, ja? Das ist ja nicht Ironie. Und schau dich an, wie winzig ich bin. Oh mein Gott. Ich habe wieder diese eine Planetarium-Item, das mich kleiner macht. Ich kann nicht mal das Zeug richtig einsammeln. Ich meine, wenn wir eine Menge Glück haben, dann wird mir das ungemein dabei helfen, von Gegnern nicht getroffen zu werden. Wird es so sehr dabei helfen, dass es mir, beziehungsweise wird es so gut dabei helfen, dass ich nicht von, Oh, Tour of Hearts könnte auch hilfreich sein. Ah, shit, ich weiß gar nicht. Wie heißt der? Der eine Rauschgegner, als ich von ihm nicht getroffen werde, unwahrscheinlich, aber wir werden sehen. Mein Damage ist leider auch echt nicht gut. Ah, los geht's. Los geht's. Ein Item haben wir noch vor uns. Was eigentlich, wenn man hier den Teppich wegspinnt? Ist das überhaupt möglich? Ja, und es passiert nichts. Okay. Wirecourt-Hänger. Eine Münze. Simuliert Sparnisse der Familie. Ah, das ist so ungewohnt mit so einem winzigen Charakter. Und Mom's Pearl. Okay. Ich bin immer aufgeregt, wenn das passiert. Dogma. Kennst du Schicksals-Held-Dogma? Muss die Frage nicht beantworten. Ich weiß, dass du ihn kennst. Das ist auch nervig, dass man immer den gelockten Turm braucht, um ihn zu beschwören. Muss die Frage nicht beantworten. Ich weiß, dass du es auch nervig findest. Oh nein, das war nicht gut. Ich wollte gerade sagen, bisher läuft das ziemlich gut an der Ausweichfront und dann lief es nicht mehr ganz so gut. Ich mache halt kein Damage. Oh, High Priestess. Oh mein Gott, High Priestess. Los geht's. Wie soll ich ausweichen? Ich weiß es nicht. Warum musst du immer damit anfangen? Ich bin so dermaßen tot. Halbes Herz. Ach mein fucking Gott. Nix ist gleich vorbei. Das war ein Reinfall. Ich mache halt... Warum mache ich kein Damage? Warum ist mein Damage so miserabel? Also ernsthaft. Warum hatte ich die ganze Zeit nur drei oder vier Damage? Ich weiß auch nicht ganz, warum ich jetzt gerade bei einem halben Herzen unten war. Das hätte auch so nicht hingehauen. Das war halt... Warum mache ich die ganze Zeit so schwach? Du hast irgendwann ein Minus 5 Damage bekommen. Ich weiß nicht, warum. Warum mache ich die ganze Zeit so schwach? Das ist halt... Schwachsinn.